Schöne Schaufel, gell? Ja, wie so auch. Wenn man doch eine Monster-Hand hat, mit der man Hals abbauen kann. Ja, warum haben wir die Hals zu einem Schaufel? WTF? Na, der Steck, drum, drum geht's nicht mehr höher. Ne, wenn man sich denkt, hä, wieso geht denn das nicht höher? Erstmal Fackel setzen an. Ja. So. So, er ist schon gebremst. Ich brauch nur einen Ton. Ich ne grad mal auf. Ganz früh noch ein Schwung. Das letzte Mal haben wir ja zwei Stunden ungefähr aufgenommen. Mal schauen, wie lang es heute wird. Ach so, genau. Falls ihr euch wundert, wenn im letzten Part ganz am Anfang ein Cutten ist. nicht wundern, das war mein Fehler. Mein Fail. Da hab ich die Aufnahme zu spät gestartet. Also was heißt zu spät gestartet? Ich hab genau in dem Moment, wo ich angefangen hab zum Lab, wo hab ich halt den Aufnahmepunkt, und, äh, oder, äh, oder, äh, also der, äh, Hotkey gesetzt, also zur Aufnahme, weißt du und so. Ja, und irgendwie, ich hab halt vorher nicht gewusst, dass das Aufnahmeprogramm ein bisschen braucht, bis es aufnimmt. Ja, jetzt wissen wir's. Und jetzt weiß ich's. Sowas sollte nicht mehr vorkommen. Nicht mehr. Hoffen wir mal. Und irgendwie, stell ich grad fest. Die Wechnung stirbt zum jetzt. Genau. Hä? Jetzt geht's schon wieder Nacht, oder? Ja. Ich will jetzt sagen, dass das jetzt passt, oder? Aber, ich würd sagen, dass es geht trotzdem so. Oder? Hm. Ich find's okay. Kann man lassen. Obwohl's nicht symmetrisch ist. Sondern nur 3x4 ist, ist's ja scheißegal. Sieht so schön aus. Hauptsache, man hat die Tröppe, oder? Oh, oh. Oder? Was sagst du dazu? Ich sag dazu, ich hab grad Pfeffer vor meinem Haus. Also, hehehe. Bumm. Und ich bin nicht im Haus drinnen. Das ist das noch viel größere Problem an der Sache. Einer Sache. Was ist das nächste Problem ist da? Ich hab keine Ahnung, wie weit das hoch ist. So ist die Bergspitze. Hehehe. Also, wenn ich jetzt mal hoch raus, oben raus komm, dann weiß ich, das ist ober Bergspitze. Aber, es wird schon wieder Nacht, he? Ja. Meine Freunde, meine Freunde, es wird Nacht. Irgendwie. Äh, ähm. Eigentlich wollte ich gerade Schaufel machen, aber zweite Spitzhack geht jetzt auch. Brauchen wir auch bald. Irgendwie stelle ich gerade fest, dass ich ein bisschen verschnupft bin. Also, sorry gerade dafür. Ah, okay, hier ist, hier ist das Dach. Ich bin gespannt, ob das gut aussieht, was ich hier mache, was ich hier fabrizier. Das stimmt nicht. Scheiße, sieht so richtig beschissen aus. So sieht's aus. Genau. Jetzt komm ich da nicht mehr nach zum Abbau, oder was? Kriegst du eigentlich Schaden? Hä? Kriegst du eigentlich Schaden grad? Nein, ich glaub du hast bloß mal wieder eine Spinne zu Besuch. Nein, das kann's sein. Das kennen wir ja noch, gell. Meine guten alten Spinnenfreunde. Und ich soll mir mal langsame Eisenschwert machen. Da fällt mir grad auf. Weil mein Holzschwert fast im Arsch ist. Im Arsch. So, Eisenschwert, Eisenschwert. Na, vorher zerstören wir das, ne? Ein schönes... WTF! 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 Und schon wieder eine Spinne? Was ist jetzt die? WTF! 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 Was ist jetzt hätte niemand Unterschied, sag's mir Problem. овать, wenn alle hinunterreden chieren. Sein Problem. Tut mir leid. So. Babypfe sigue weil es nicht ist. ich mache mir erst mal ein bisschen Licht die fucking Viecher da anzupauen also ich muss am nächsten Tag unbedingt das kackfucking wasserloch zu machen so wie war das nochmal mit dem Bogen eigentlich so schau mal nicht ich habe keine Ahnung ich schau mal kurz zum Internet hey du bei dir klingelst alles klar alles klar so nichts so so machen wir einen schönen Bogen so und tun wir mal schon hier viel zu viel Krämpel so so und offensichtlich es ist gerade Tag die Woche denn so das tut mir jetzt hochbar leid für die kleine Pause aber telefonisch Telefon kann man leider nicht allen sagen dass man gerade aufnimmt deswegen gerade der Anruf nie geschickt ist aber gut so so gut feinlich in Verarschen um weiter zum Glück sind die Wasser explodiert die Verhaar Da habe ich Glück gehabt, in der Tat. Jetzt mache ich erst mal das fucking Wasserloch hier zu. Ich nutze dann gerade die Zeit des Tages und fühle mich meine Gude ein bisschen weiter raus. Ich brauche mehr Wohnraum. Ist dir jetzt schon zu klein deine Gude? Ja. Okay, jetzt schon. In der Tat. So, bleiben wir mal als Aussierte. Wir haben ja im Moment genug Copley Stone. Copley Stone. Oder Bruchstein oder wie auch immer. Ähm, Monster könntet ja im Wasser nicht spawnen, oder? Ja. Echt? Ja. Bist du verarschen? Ja, deswegen hat auch in unserer alten Welt die Monsterfalle funktioniert. Okay. Nicht jetzt aber scheiße. Könnt ich die nur spawnen, wenn ein Block Platz drüber ist, oder? Ja. Also die meisten. Natürlich. Also wenn ich genau übers Wasser einen Block drauf setze, können sie nicht spawnen, oder was? Normalerweise nicht. Und selbst wenn sie spawnen, dann nur trinken sie. Okay, das ist dann aber gut. Dann... Nein, nicht den guten alten Stein hin. Nein. Das ist aber gut dann. Dann bin ich zufrieden. Boah, das ist so... Das ist so mega scheiße im Wasser, wenn man schwimmt, was zu bauen, ey. Alter. Entfer. Oooo. Dieisa. Ich glaube dann... Dieii... ... das sind... ... ... ... ... ... ... Vielen Dank.